Da, aber tief, tief. Oh, aber wie denn? Oh, wie denn? Achtung da, Markus, direkt vor uns. Er ist hier durch? Ach so, gut. Was, ich da durch? Nein. Och, Mann. Das ist wegen 10 cm. Was machen wir jetzt? Oh, ein Schaltrennen, Alter. Weil, irgendwie deckt wirklich keiner die Seite hier. Und hier ist Letch-Mail Hammer, wurde so zerrückt. Oh, mein Gott, du, Alter. Ich hab immer mit. Oh, man, nicht dazu zugeben. Ben, dann, eh. Fuck, nicht getroffen, nein. Shit. Oh, war der Scheiße, der Schuss. Alter, zwei Schüsse ins Knie von der M1 Garant machen dich tot. Haha, der Hedger ins Knie ist das, ne? Ey, ganz ehrlich, ich schau nur mit dem Knie ums Eck. Ich seh, wie seine beiden Schüsse bam bam, mit meinem Knie geht nicht voll tot um. Zwei Schüsse ins Knie, kill dich. Bei uns, da kannst du ein halbes Magazin mit einer Maschinenpistole auf dem Oberkörper schießen, es ist ihm egal. Ben, du weißt immer noch, dass da immer noch die Dinger rumkommen. Iono, natürlich steht da. Panzer. Na, in der Hüben steht ein Soldaten. Ja, und ein Panzer. Ja, und ein Panzer. Deine Panzer bin ich jetzt vorbeigetravelt. Travel like a motherfucker und ich hab Soldatenüberfahrt. Der ist dauernd. Ja, warte, Markus, ich bin hinter dir. Oh, was ist das? Er ist vor mir, du sprachst. Ich bin... Also, das ist Sledgehammer. Ihr hättet bei der Aktion gerade eben. Nimm die Deckung mit. Ich bin wieder den Panzer vorbeigefahren. Da vorne ist wieder noch. Haben ein Überfahrt. Ja, das ist jetzt wacke ich hier den Gluck. Ab ihn, headshot. Oh, lol. Oh, scheiße. Leute, ich war ja drin gerade auf. Wo sind eigentlich unsere... Die sind tot. Wo sind eigentlich unsere Leute, die mit Panzern waren? Die haben eigentlich gerade einen geholt, weil die sind schon wieder down. Ach, geil. Letzscheimer braucht die Panzer. C4 rein. Ne, wie viel Lina bei C3? Das bringt das. Da hast ein Panzer, aber der ist schon down, ey. Oh, lol. Oh, da rechts Futur ist einer. Ach so, du bist nicht bei C3. Hm, okay. Nein, ich bin... Ich komme erst. Aber rechts davon ist einer. Das scheiß nicht. Jut, zwei, zwei, drei. Noch ein bisschen, ich kann mir das Motorrad kaufen. Oh, Gott. Das ist ja viel auf der Brücke los. Oh, das Auto ist gleich down. Markus bleibt am besten. Oh, fuck, die Panzer kommen. Ja, Mario. Alter, der Typ ist so ein Hacker. Ich wäre für die Granate. Wir müssen C3 verteidigen, die Leute. Wir müssen C3 verteidigen, die Leute. Wir sind ja dabei. Nein, ich bin nicht dabei. Ihr müsst ins Haus rein, um das zu verteidigen. Auf der Brücke stehen zwei Panzer. Was sollen wir machen? Wir kommen nicht über die Straße. Ich schaff's jedes Mal. Na, C3 ist doch gesilft. Ja, jetzt wieder. Nachdem irgendjemand reingeraten ist, nachdem ihr nicht rein wolltet. Ja, ich kann da nicht rein, weil neben mir genau die Panzerkapel. Eben, bei mir auch. Ja, ich war jetzt mal beim Autor an den Panzer vorbei. Ja, der Panzer ist weg. Ne, er hat nur einige gefressen, weißt man nicht, was er gefressen hat. Oh, ich muss nachhören. Unsere D-Leute sind gleich aus. Ich bin gerade richtig auf die Fresse. Oh Gott, war ich schlecht von ihm. Wir verlieren schon wieder C3. Und wieder mal bin ich wieder an die Panzer vorbei gekommen. Ja, weil kein Panzer mehr da ist. Achso, und ihr habt den gekillt, ne? Nein. Achso, gut. Natürlich nicht. Oh mein Gott, bin ich gerade schlecht. Tut er nicht hier rein. Ich habe eine Granate geworfen. Ich auch. Nein. Ich habe ihn nämlich jetzt. Oh, da ist er wieder hinter mir. Oh Gott. Oh, das ist der Skyline-Rust schon wieder. Beim Bunker ist einer. Und ja, der hat einer am Hauseingang unten links. Ja, ich habe Skyline-Rust weggeholt. Ah, hier drinste Panzerfäuste. Im C3, im ersten Stock. Ach, geil. Gut. Dann nimmt sich nachher jeder an eine Panzerfaust von euch. Guter, warte. Ich bin auch da. Ich hole dich, Wackers. Wo bist du? Fahre weiter. Mach ich auch. Gut. Nein, jetzt müssen wir bitte irgendwas erreichen, Marc. Äh, Sven, holst du mich ab? Höchste Ziel, was wir erreicht haben, ist C4. Ich habe den Soundcup gekriegt. Fahr einfach weiter, Sven. Fahr einfach weiter. Dass wir besser durchkommen. Kann ich den nicht einfach erschießen? Ja, ich zeig dir mal, wie das geht, Futur. Coole Wuchs. Wache. Ihr gewusst jetzt. Ach, wir stehen Patze direkt nach dem Haus. Das heißt, jetzt geht's ab. Juhu, aussteigen. Nicht aussteigen, Futur. Doch, aussteigen. Du hast aussteigen, wenn wir drüben sind. Jetzt aussteigen. Weil jetzt hast du nämlich verdammt kurzen Weg zum C3 und überlebst es auch an der Panzerfaust. Ich stehe zu einem Baum. Ja. Ich hab's gesehen wieder. Ich hab hier wieder ein halbes Magazin reingepumpt. Der macht einschusslich voll tot um. WTF? Scheiße, doch. 615. Dreck, du bist gar nicht so was. Tja, du, ich hab mir besser, ich hab mir 715. Ja, nämlich mit. Durch die Wand kann er mich treffen auf der Spurs. Und er lebt weiter, der Huhn zu drehen. Gammelt einfach nur auf dem Boot. Ey, was ist das Alter? Futurwarte. Das ist ein. Scheiß geil, wer da gefahren ist. Ja, ich bin schon da, du Spaßst. Ja, das ist cool. Pst. Du tust da aus dem Kameradenschwein. Du brauchst C3. Und flipp. Nix flipp. Diesmal bleib ich richtig drauf. Ich hab noch 500 Schuss, gib Gas. Na, 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 schieß doch den ab. Oh, warum bist du? Der steht direkt vor dir. Ah, ja, stimmt. Da steht einer. Vorreder vielleicht noch. Ich fau mit Schletschern mal mit. Ich kannst du jetzt einfach zu haut, denn er lag ganz ehrlich. Ich stell ihn direkt davor, und dann schieße ihn abschließend aus. Beth, 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 Beth... Beth, 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 Beth. Daheit quand ich ihn nicht voll überfahren weil ... er hinter das Fahrzeug hinlärzt ist. Weil er issues falt. Ich hab heut schon drei Leute überfahren, okay? leicht Spaß. Ich hab nur 5 umgebracht. Ich hab schon 7 umgebracht. Nein, eigene! Achso! Eigene, darf ich Null! So, wollen wir jetzt die 3 Captured, oder? Ja, ich bin dabei, hab ich. Gut, gut, gut. Dann versuche ich die Brücke zu decken. Oh, da ist ne Panzerfaust. Wo ist ein Panzer? Da kann ich auf den Schützenplatz wechseln, aber da nicht schießen. Was ist das für eine Verarsche? Wenn du C drückst, kannst du auf deinen Schützenplatz wechseln, aber du kannst nicht schießen. Aber du kannst nicht schießen, genau. Da hab ich ganz so schnell die Anvisier abgedrückt und ich konnte nicht schießen. Nein, du kannst nicht schießen. Mit deiner eigenen Waffen kannst du nicht schießen. Was ist das für eine Verarsche? Fuck! Mann! Ja, ich hab's nicht spot-grad, bin da. Futterstipp mal, danke. Oh, mein Panzer... Oh, mein Fahrzeug! Warte, Sven! Ja, ja, ich steh schon. Ja, gelandet. Da bist du. Alter! Guck mal, haben wir 120 Sekunden bekommen. Gar nix. Doch. Doch. Ich fahr jetzt Ego, Markus. Bis immer Ego. Ego, Ego, Ego. Nein, ich... Boah, Mann! Ich hab schon Ego-Ansicht. Ego-Ansicht. Ego. Ego. Ja, Ego. Ich kotzt mich schon wieder an das Scheu-Spiel. Ego. Ego. Schwer... Hier durchzukommen. Wir zwei Mal warten. Wir haben kein Panzer gegenüber. Ja, ja. Wir haben kein Panzer. Na, aber tief, tief. Oh! Aber wie denn? Uh! Überall wie denn? Überall wie denn? Achtung da! Markus, direkt vor uns. Ist das hier durch? Ach so, gut. Ja, wir sind durch, wir capturen. Auf der anderen Seite wieder runter. Sonst können wir nicht capturen. Ja, stimmt. Ich deck hier die Treppe. Jo, ich kann immer noch einnehmen, aber ich deck hier. Komm, wir sind jetzt zu dritt in C4. Wenn die es jetzt schaffen, uns hier zu überwältigen, ne? Eine Handgranate. Da kommt ein Jeep. Wo hast du dich? Wo? Granate. Ähm, Kreuzung Brücke. Alter, kommt zu mir. Habe ihn verhätschert. Jetzt ist ein Gegner hier. Ein Gegner ist drinnen. Wir haben verhätschert rausgenommen. Ein Gegner ist drinnen. Ich habe einen gekillt. Ich habe einen gehätschert. Wir haben einen gehätschert. Wir haben alle Gegner gekillt, Markus. Nice. Ich den einen und den anderen. Ich komme gleich auch wieder. Ja, jetzt brauchst du den überkommen. Jetzt haben wir den Punkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.